Montana Cages, die führende Marke für innovative Vogel- und Kleintierheime. Qualität durch Kompetenz, ausgezeichnet durch tiergerechte Konzipierung, pflegersympathische Ausstattung und die garantiert ungiftige Avilon-Pulverbeschichtung. Vielen Dank für die weißen Lilien und das gute Buch. Dass ich nicht wage zu lesen, du weißt doch, dass ich es versuch. Das ist kein Rätsel, das ist was wir kennen. Sein Versagen nicht länger Überzeugung zunimmt. Und die Zeit versucht zu trüsten und die Liebe versucht zu bewahren, dass man weiß, dass man drüber hinbekommt, wie man früher einmal war. Das ist ein Rätsel, das ist ein Rätsel, das ist ein Rätsel.